Yo Leute, hier ist euer GGZ Quickscope. Wir sind hier in Berlin, der Hauptstadt, direkt am Brandenburger Tor. Bei mir sind der GGZ Pro Gamer an der Kamera. Hallo! Und hier direkt neben mir sitzt unser Clan wieder, GGZ Snipeman! Hallo Leute, ich bin's. Wie Quickscope sagt er, wir sind hier am Brandenburger Tor, um euch unser Weihnachts-Special zu präsentieren. Wir wollten uns von Real Life zeigen, weil wir es halt bis jetzt noch nicht getan hatten. Ich hoffe, wir sind nicht so, wie ihr es erwartet habt. Wir werden immer als große Zocker und Nerds angesehen, aber das sind wir eigentlich nicht. Wir sind ganz normale Leute, die auch Real Life haben. Und anlässlich den Weihnachten haben wir auch einen schönen Baum aufgestellt. Ich hoffe, er gefällt euch. Ja, und jetzt möchte ich euch noch ein paar Danksagungen geben, da GGZ genau heute am 24. ein Jahr alt geworden ist. Erstmal super, dass wir überhaupt soweit geschafft haben. Und die Danksagungen gehen natürlich an die restlichen Clan-Mitglieder, die sich immer engagiert haben, mit uns zu spielen und schöne Clips zu machen. Dann natürlich besonders unseren Editor, Patrick. Der hat unglaublich viel Zeit investiert für unsere Videos. Manchmal nachts den Computer durchlaufen lassen, also der ist top engagiert. Vielen Dank, dass du bei uns bist, Patrick. Dann an Tylo. Das ist ein guter Freund von uns auf Xbox Live. Der supportet uns auch auf YouTube, damit wir mehr Abonnenten bekommen. Echt ein super Kerl. Und natürlich noch alle anderen Fans von GGZ, die, sag ich mal, mit uns immer bei Xbox Live dabei sind, in unseren GGZ-MEG-Lobbys. Einfach unglaublich, was ihr alles für uns leistet. Unsere Abonnenten natürlich. Und ich danke sogar unseren Hatern, weil dadurch bekommen wir einfach viel mehr Publicity und Fame hier in der deutschen Halo-Community. Also vielen Dank. Hated bitte weiter. So werden wir noch viel bekannter. Und ich wünsche euch jetzt nur frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins Neujahr. Euer Snidmeer, GGZ, FTV.